Herzlich willkommen bei DenkElektrich, der Kanal, der sich mit der Elektromobilität beschäftigt. Mein Name ist Oliver Denk, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens DenkElektrich, bei dem ihr einen Tesla Model S mieten gönnt. Und heute ein kurzes Video, denn ich möchte mich bedanken bei dir, meinem Zuseher, denn ich habe auf meinem Kanal jetzt über 200 Abonnenten. Ein riesen Dankeschön dafür. Ich wollte eigentlich ein Dankeschön-Video bei 100 Abonnenten machen, nur durch das Interview mit dem Frank von Schreck letzte Woche ist meine Abonnentenzahl so schnell in die Höhe gegangen, also hat sich mehr als verdoppelt jetzt in einer Woche. Auf jeden Fall eine geniale Sache, ich freue mich und es hat sich auch dahingehend einiges getan, deswegen muss ich erst mal gucken, dass ich alle Sachen geregelt bekomme. Deswegen eben auch nur dieses kurze Dankeschön-Video heute. Mich würde natürlich interessieren, was dich als Zuseher interessiert. Schreib es mir gerne unten mit in die Kommentare, denn dieser Kanal ist ja natürlich auch für dich gedacht. Ich habe natürlich noch viele Themen parat, die ich mit hier mitbringen will und auch noch viele Sachen, die ich noch nicht bearbeitet habe, wo noch Videos folgen werden, die ich jetzt aufgrund der ganzen Ereignisse in den letzten Wochen noch gar nicht bringen konnte. Da wird euch oder dich noch einiges erwarten. Und ich freue mich natürlich auf die Kommunikation und den Austausch hier auf YouTube. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt für ein paar Sachen, schreibt es gerne mit unten rein in die Kommentare. Ansonsten, ja, vielleicht noch als kleine Info zu meinem Kanal. Unter diesen 200 Abonnenten befinden sich 95% männliche Zuseher und 5% Damen. Ja, mich würde an dieser Stelle natürlich auch sehr interessieren, was interessiert diese 5% der Damen? Vielleicht eher brennend an Tesla oder der Elektromobilität. Vielleicht kann man dahingehend noch mehr Themen zeigen und Peer bringen auf dem Kanal, was auch die Frauen interessiert. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ich freue mich natürlich, dass es jetzt so rasant, was heißt rasant? Ja, doch schon rasant. Und ja, ich sehe mich natürlich noch nicht als YouTube-Star in dem Sinne, wie es der Frank von Schräg im Prinzip in seinem Video immer darstellt, wo er die YouTube-Stars vorstellt. Ich meine, mit meinen 200 Abonnenten ist das jetzt noch keine so große Reichweite in dem Sinne. Aber trotzdem bin ich stolz darauf, euch zu haben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, falls ihr gerade neu seid und hier reinschaltet. Und bis zum nächsten Video. Denkt elektrisch! Bis zum nächsten Mal.